allzeit bereit seid ihr bereit also wenn ich sage seid ihr bereit dann ist die antwort allzeit bereit ihr dürft auch gern die faust nach oben recken die faust ist ja kein schlechtes zeichen unbedingt wenn sie nach oben gerecht ist im sinne also seid ihr bereit das nächste lied handelt von einem noch einmal lauter seid ihr bereit das nächste lied handelt von einem ehemaligen und einem ehemaligen freund von uns beiden und der genau der spielt in dem lied mit das ist das ist witzig dass du jetzt fragt ist das lied neu das lied ist neu genau ein neues lied genau das dürft ihr könnt ihr euch auch bei bandcamp runterladen ist die weite a seite unserer aktuellen finger wir machen noch so sagt das lied heißt junger mann zum mitreisen ist Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018